Er ist Auftragskiller und treusorgender Familienvater. Ihr erledigt die Aufträge von Mr. Rooney. Und die sind sehr gefährlich. Deswegen trägt er immer eine Kanone. Doch seine Verwicklung in die Unterwelt zerstören sein Glück. Ich hab mit ihm gesprochen. Er versteht es. Das ist hart, das zum ersten Mal zu erleben. Nach dem Mord an seiner Frau schwört er bittere Rache. Peter, ich kann heute Abend nicht zu deinem Konzert kommen. Ich muss arbeiten. Erleben Sie Tom Hanks in der ungewohnten Rolle des Bad Guy, der Charivari 95-5-Kinoknüller Road to Perdition. Ein Mitreißen des Gangster-Epos aus dem Chicago der 30er Jahre. Am 1. September um 11 Uhr im Rio Filmpalast am Rosenheimer Platz. Gewinnen Sie Karten für dieses exklusive Ereignis auf Charivari 95-5, dem Kinosender Münchens. Mit freundlicher Unterstützung von Cityinfo.